Die Astralwelt Reisen durch die feinstofflichen Welten Von William Walker Atkinson Gelesen von Lutz Riedel Veröffentlicht im Aurinia Verlag Hamburg 2016 Weitere inspirierende Bücher und Hörbücher zu den Themen Philosophie, Spiritualität und Psychologie finden Sie auf unserer Verlagswebseite unter www.aurinia.de Die moderne Esoterikwelt wäre ohne William Walker Atkinson 1862 bis 1932 nicht denkbar. Er war ein modernes, brillantes Universalgenie und ein leuchtender Stern der esoterischen Welt damals wie heute. Mit vielen spirituellen Meistern seiner Zeit persönlich bekannt, beschäftigte er sich über mehrere Jahrzehnte hinweg intensiv sowohl mit den östlichen Yoga-Lehren als auch mit christlicher Mystik, den Rosenkreuzern, der Gnosis und der Hermetik. Als ein Leonardo da Vinci der modernen Spiritualität verband er diese unterschiedlichen Geistesströmungen miteinander und brachte sie in eine moderne und lebensnahe, dem heutigen Menschen gut verständliche Form. Sein umfangreiches Schaffen ist noch heute von großer Bedeutung, da Atkinson die ewig gültigen spirituellen Gesetze dieser Welt wie kein anderer in klare Worte zu fassen verstand. Begünstigt durch das erste Parlament der Weltreligionen 1893 in Chicago entwickelten sich verschiedene spirituell-esoterische Lehren zu einem festen Bestandteil der populären Kultur. Diese Bewegung wird heute New Thought genannt, jedoch reicht diese Begrifflichkeit nicht aus, um die Vielschichtigkeit der damaligen Ereignisse und Entwicklungen zusammenzufassen. Es war ein Schmelztiegel, der unterschiedliche Ansätze und Vorstellungen von dem beinhaltete, was man für spirituelle Weisheit hielt. So gab es Autoren und Vortragsredner mit sehr leicht verständlichen Inhalten, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten sind, ganz anders ein William Walker Atkinson, der die wahre Essenz der ewig gültigen spirituellen Weisheiten erfassen konnte. Sein Hauptwerk, Kybalion, ist bis heute unerreicht und zu einer wahren Legende geworden. Die Astralwelt ist eine der großartigsten Forschungsstätten der Seele. William Walker Atkinson Out-of-Body-Experience und Außerkörperliche Erfahrungen, AKE, stehen seit rund 40 Jahren für ein bestimmtes Phänomen, das den spirituellen Meistern und Eingeweihten seit Alters bekannt ist, die Astralwelt oder auch Astralebene, jene feinstoffliche Welt, die parallel zu unserer normalen Umgebung existiert. Die Übungen und Techniken der Astralprojektion, die man benötigt, um diese Welten betreten zu können, wurden von zeitgenössischen Forschern mit parapsychologischem Schwerpunkt wie zum Beispiel Robert Monroe, William Buhlman und Robert Peterson eingehend beschrieben. Doch was nützt einem das schönste Auto, also die Fähigkeit, sich frei von seinem materiellen Körper in der feinstofflichen Welt zu bewegen, wenn man nicht weiß, wohin man fahren soll? In »Die Astralwelt« erklärt der Eingeweihte William Walker Atkinson detailliert die spirituelle Bedeutung und Vielschichtigkeit der astralen Ebenen und nimmt den Schüler wie in einem Reiseführer mit auf Erkundungstour durch die verschiedenen astralen Welten. Die Astralwelt hat weit mehr zu bieten als bloßen Zeitvertreib. Sie nimmt in der Entwicklung und Entfaltung ihrer persönlichen Spiritualität einen wichtigen Platz ein. Materielle und astrale Welten sind miteinander verflochten und beeinflussen sich gegenseitig. In dieser Erfahrung liegt ein zentraler Schlüssel zum Verständnis aller spirituellen Lehren. Kapitel 1 Die sieben Ebenen Jeder Schüler der geheimen Wissenschaften, die man auch Okkultismus nennt, vom schlichten Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, weiß um die Wunder der außergewöhnlichen Ebene, die als Astralwelt bekannt ist. Der Anfänger ist selbstverständlich nicht in der Lage, das Leben auf dieser Ebene tatsächlich zu sehen, außer vielleicht in Ausnahmefällen oder unter besonderen Umständen. Doch begegnen ihm in den Abhandlungen seiner Lehrstudien immer wieder Verweise auf diese besondere Ebene und er entdeckt bald, dass sie Schauplatz einiger sehr eigentümlicher Erscheinungen ist. Während er voranschreitet und mehr über die okkulten Gesetze und Prinzipien lernt, entwickelt er immer mehr Interesse für das Thema. Wenn er dann an den Punkt kommt, an dem er tatsächlich in der Lage ist, diese Ebene wahrzunehmen, astrales Sehen, öffnet sich ihm eine ganz neue Welt an Erfahrungen. Sowohl die alten als auch die neuen okkulten Lehren berichten, dass es sieben Ebenen des Seins gibt. Die unterste Ebene ist die materielle, die physische Ebene. Dann folgt die zweite Ebene, bekannt als Ebene der Kräfte. Die dritte Ebene ist die astrale Ebene, gefolgt von der vierten, der sogenannten mentalen Ebene. Über diesen vier Ebenen gibt es noch drei weitere Ebenen, die den Okkultisten bekannt sind. Allerdings hat man für sie keine Namen oder Erklärungen, die von denen verstanden werden könnten, die sich auf den unteren Ebenen entwickeln. Zwar beziehe ich mich im Verlauf dieses kleinen Büchleins auf diese höheren Ebenen, werde aber aus den gerade genannten Gründen nicht versuchen, sie zu beschreiben. Gegenstand der vorliegenden Betrachtung ist ausschließlich die astrale Ebene, die ausreichend interessante Aspekte bei der Untersuchung der in ihr auftretenden Erscheinungen liefert, ohne dabei den Schleier zu den höheren Ebenen zu heben. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass jede der sieben Ebenen weitere sieben Unterebenen hat und diese wiederum sieben Unterteilungen und so weiter bis hin zur siebten Stufe. Du siehst also, dass es in den okkulten Lehren eine äußerst minutiöse Klassifizierung gibt. Dem Schüler des Okkultismus fällt es anfangs gewöhnlich schwer, sich eine klare Vorstellung von dem Begriff Ebene, wie er in den okkulten Lehren verwendet wird, zu machen. Nimmt er das Lexikon zur Hilfe, neigt er dazu, sich eine Ebene im Sinne von mehreren geraden Schichten vorzustellen, im Sinne von Gesteinsschichten, über und unter denen wieder andere Schichten liegen. Für den okkulten Lehrer ist es recht schwierig, diese fehlerhafte Vorstellung aus den Köpfen der Schüler zu bekommen und durch das korrekte Bild zu ersetzen. Diese fehlerhafte Vorstellung resultiert aus dem Denken, dass die Ebenen des Seins aus Materie bzw. körperlichem Stoff bestehen, was natürlich nicht korrekt ist. Wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass sogar die dichteste Form der Materie aus Schwingungen von Energie, von der modernen Wissenschaft auch so verstanden, besteht, und dass selbst die Naturkräfte Manifestationen solcher Energieschwingungen sind, dann beginnt man, den Kern zu verstehen. Die Ebenen heben sich also nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Dicke oder Materie voneinander ab, sondern aufgrund der unterschiedlichen Schwingungsgrade ihrer Energie. Kurz gesagt, es gibt unterschiedliche Ebenen schwingender Energie, aber keine Ebenen irgendeiner Materie. Die zweite übliche Fehlerquelle bei den unerfahrenen Schülern der Geheimwissenschaft besteht in der bildlichen Vorstellung, dass die Ebenen übereinander im Raum liegen. Dieses Konzept ist logischerweise eine Folge der irrtümlichen Annahme, dass die Ebenen aus einer Reihe von Schichten bzw. Gesteinsschichten feiner Materie bestehen. Oftmals bleibt dieser Gedanke auch dann noch erhalten, wenn der Schüler bereits verstanden hat, dass diese Ebenen aus unterschiedlichen Schwingungsgraden und eben nicht aus Materie bestehen. Aber letztlich wird der Schüler zu der Überzeugung gelangen, dass Ebenen weder Schichten noch Gesteinsschichten sind. Die Ebenen liegen im Raum nicht übereinander. Sie haben keine räumliche Abgrenzung oder Stufen. Sie durchdringen sich gegenseitig am gleichen Punkt im Raum. Ein einzelner Punkt im Raum kann sich auf allen der sieben Ebenen des Seins manifestieren. Einige der alten Okkultisten versuchten ihren Schülern, diesen Zustand der Dinge mit den Worten eines sehr berühmten alten Lehrers zu erklären, von dem der Aphorismus stammt, eine Ebene des Seins ist kein Ort, sondern ein Zustand des Seins. Besser kann die korrekte geistige Vorstellung von einer Ebene im okkulten Sinn des Begriffs mit Worten nicht erklärt werden. Den Schülern, für die es schwierig ist, sich mehrere Manifestationen, die jeweils eine eigene Schwingungsfrequenz besitzen und zur gleichen Zeit einen gemeinsamen Punkt im Raum einnehmen, vorzustellen, möchte ich sagen, dass in diesem Fall die berücksichtigen, der Erscheinungen der physischen Welt eventuell helfen könnte. So weiß zum Beispiel ein jeder Physikstudent, dass ein Punkt im Raum Schwingungen von Hitze, Licht mit vielen Schattierungen, Magnetismus, Elektrizität, Röntgenstrahlen und so weiter enthalten kann, wobei jede dieser physikalischen Erscheinungen ihre eigene Schwingungsfrequenz besitzt und zum Ausdruck bringt und die anderen Erscheinungen dabei nicht beeinträchtigt. Jeder Sonnenstrahl enthält verschiedene Farben, wobei jede Farbe ihre eigene Schwingung hat und dennoch keine andere Farbe verdrängt. In einem adäquaten Laboraufbau kann man jedes Licht, jede Farbe von den anderen Farben trennen und so den Lichtstrahl aufteilen. Die unterschiedlichen Farben ergeben sich lediglich aus den unterschiedlichen ätherischen Schwingungsfrequenzen. So ist es auch möglich, mehrere Telegramme gleichzeitig über das gleiche Kabel zu verschicken, indem man für Sender und Empfänger unterschiedlich schwingende Grundtöne verwendet. Das gleiche Prinzip gilt für die kabellose Telegraphie. Du siehst also, dass es auch auf den physischen Ebenen viele Formen schwingender Manifestationen gibt, die zur selben Zeit den gleichen Punkt im Raum einnehmen. Die materielle Ebene, die uns allen vertraut ist, hat natürlich ihre sieben Unterebenen mit entsprechend sieben mal sieben Unterabteilungen. Zunächst sind wir geneigt zu glauben, dass uns jede Form von Materie bestens bekannt ist. Das ist allerdings bei weitem nicht der Fall. Tatsächlich kennen wir nur einige wenige Formen. Die okkulten Lehren zeigen uns, dass es auf einigen der Fixsterne und Planeten unseres Sonnensystems Formen und Arten von Materie gibt, deren Schwingung wesentlich niedriger ist als die uns bekannte dichteste Form von Materie. Auf der anderen Seite berichten dieselben Lehren, dass es in anderen Welten und sogar bis zu einem gewissen Grad auch in unserer Welt Formen und Arten von Materie gibt, die weitaus höher schwingen als die uns bekannten höchsten Formen gasförmiger Materie. Dies ist zwar eine überraschende Aussage, doch jeder fortgeschrittene Okkultist weiß um diese Wahrheit. Früher hat die Physik Materie wie folgt eingeteilt. Erstens Feststoffe, zweitens Flüssigkeiten. Drittens Gase. Doch die moderne Wissenschaft hat weitaus mehr Formen von Materie gefunden, die feiner und seltener sind als das feinste Gas. Diese vierte Rubrik wird als ultra-gasförmige Materie bezeichnet. Die Okkultisten hingegen wissen, dass jenseits dieser vierten Unterebene, die die Wissenschaft gerade entdeckt, noch drei weitere und feinere Unterebenen liegen, von denen die Wissenschaft derzeit noch keine Vorstellung hat. Auf der nächsten Stufe der Skala des manifestierten Seins befindet sich die Ebene der Kräfte, über die nur wenig außerhalb der Okkultenwissenschaft bekannt ist, auch wenn die Physik bereits in diesen Bereich vorgestoßen ist. In den kommenden 20 Jahren wird sie noch weiter in dieser Richtung voranschreiten. Die Untersuchungen im Bereich Radioaktivität tragen dazu bei, mehr über diese Ebene der Manifestation in Erfahrung zu bringen. Wir finden auf der Ebene der Kräfte die sieben Unterebenen sowie die sieben mal sieben Unterteilungen. Es gibt Kräfte, die sich weit unter der Skala der gewöhnlichen Naturkräfte, die dem Menschen bekannt sind, befinden. Und genauso gibt es eine große Zahl an feineren Naturkräften am anderen Ende der Skala, über die weder der gewöhnliche Mensch noch der Wissenschaftler etwas weiß. Diese feineren Kräfte sind für viele Wunder im Bereich der okkulten Wissenschaften verantwortlich. Insbesondere die feine Kraft, die Prana oder auch Lebenskraft genannt wird, spielt bei allen okkulten Erscheinungen eine wichtige Rolle. Über der Ebene der Kräfte befindet sich die große Astralebene, der wir uns in diesem Buch detaillierter widmen möchten. Kapitel 2. Astrale Regionen In den okkulten Lehren finden wir häufig Verweise auf die astralen Regionen sowie auf deren Bewohner und Erscheinungen. Wie auch der Begriff Ebene hat der Begriff Region große Missverständnisse verursacht. Die alten Okkultisten verwendeten den Begriff in einer lockeren Art und Weise, da sie sich gewiss waren, dass für ihre Schüler die wahre Bedeutung unmissverständlich war. Es war ihnen gleich, ob andere Personen diesen Begriff verstanden. Doch der moderne Forscher, der nicht durch einen Lehrer unterstützt wird, ist durch den Begriff Regionen der Astralebene oft verwirrt und betrachtet sie häufig im Sinne des Begriffs Himmel und Hölle, den er aus der alten Theologie als bestimmte Orte im Raum kennt. Doch diese astralen Regionen sind lediglich vibrierende, also schwingende Manifestationen auf der Astralebene, die keinen bestimmten Bezug zu einem bestimmten Bereich im Raum haben und in so gut wie allen Bereichen des Raums vorkommen können und auch vorkommen. Die astralen Regionen nehmen denselben Raum ein wie die materiellen Regionen, wobei sich die Regionen gegenseitig nicht stören. Der Begriff astral leitet sich von einem griechischen Wort ab, das mit Bezug auf einen Stern bedeutet und ursprünglich bei der Beschreibung des griechischen Himmels, dem Wohnsitz der Götter verwendet wurde. Sinn und Gebrauch dieses Begriffs wurden dann in ihrer Anwendung erweitert, bis er schließlich benutzt wurde, um so etwas wie ein Land der Geister der alten Völker zu beschreiben. Man glaubte, dass dieses Land der Geister von Wesen mit ätherischer Natur bewohnt wurde, nicht nur von körperlosen Geistwesen, sondern auch engelsgleichen Wesen einer höheren Ordnung. Die alten Eingeweihten Griechenlands und anderer westlicher Länder hatten sich deshalb natürlich angewöhnt, den bekannten Begriff zu verwenden, um das zu bezeichnen, was wir im modernen Okkultismus als Astralebene kennen. Selbstverständlich verfügten die orientalischen Okkultisten über eigene Begriffe für diese Ebene der Manifestation, die von alten Sanskritwurzeln abgeleitet und wesentlich älter als die griechischen Begriffe waren. Da der Gebrauch der Sanskritbegriffe bei den westlichen Schülern jedoch oft Verwirrung stiftet, verwenden die besten orientalischen Lehrer bei der Unterweisung der westlichen Schüler fast immer die okkulten alten griechischen Begriffe. Zu diesem Zeitpunkt des Unterrichts stellt sich dem Verstand des intelligenten Schülers gewöhnlich eine Frage, die ich an dieser Stelle beantworten möchte. Wahrscheinlich ist es der Verstand des Schülers, der jetzt in diesem bestimmten Moment diese Worte liest. Die Frage kann wie folgt formuliert werden. Wie kann auch nur irgendjemand intelligent über die Erscheinungen der Astralebene sprechen, wenn sich diese Ebene auf einer höher schwingenden Skala befindet als die physischen Sinne? Wie kann jemand die Astralebene besuchen und Dinge auf ihr wahrnehmen, ohne dass sich der physische Körper entmaterialisiert? Diese Frage ist natürlich absolut gerechtfertigt und bescheinigt einen wissbegierigen Verstand, den man bei einem wahren Okkultisten immer vorfindet. Und kein wahrer okkulter Lehrer wird auch nur kurz zögern, dieses ehrlich zu beantworten. Denn, denkt immer daran, meine Schüler, die okkulte Lehre basiert nicht ausschließlich auf den Prinzipien, die die alten Okkultisten als Grundsätze, als Evangelium festgelegt haben. Respekt, ja. Großer Respekt wird diesen alten Lehren gezollt, keine Frage. Doch jeder fortgeschrittene Okkultist weiß, dass er die Manifestation von okkulten Erscheinungen tatsächlich erfahren muss, bevor er diese dann ohne jeden Zweifel als okkulte Wahrheit verkünden kann. Solch eine Erfahrung macht jeder fortgeschrittene Okkultist, sobald er die dafür notwendige Entwicklungsstufe erreicht hat, die allein eine solche Erfahrung für ihn sicher macht. Wie jeder Wissenschaftler lernt auch der wahre Okkultist durch seine eigene Erfahrung, die auf den vorangegangenen Erfahrungen anderer aufbaut. Für den fortgeschrittenen Okkultisten ist die Erscheinung auf der Astralebene genauso real, genauso leicht wahrnehmbar, wie die Erscheinung auf der materiellen Ebene für diejenigen, die auf dieser Ebene wirken. Doch um die Frage zu beantworten, man muss den physischen Körper nicht auflösen oder entmaterialisieren, um die Astralebene und ihre Erscheinungen zu besuchen oder wahrnehmen zu können. Es gibt die folgenden zwei Wege, wie man auf die Astralebene gelangen kann. Erstens durch Anwendung der astralen Sinne und zweitens indem man im sogenannten Astralkörper reist. Wir werden uns nun diese beiden Wege nacheinander ansehen. Mit dem Begriff »Astrale Sinne« bezeichnen die Okkultisten diese weitere wunderbare Zusammenstellung an Sinnen, die in ihrer Funktion mit den fünf physischen Sinnen übereinstimmen und mit deren Hilfe man einen Eindruck von der Astralebene bekommen kann. Jeder der physischen menschlichen Sinne hat sein astrales Gegenstück und so funktionieren die Sinne auf der Astralebene genau in der Weise, wie die physischen Sinne auf der materiellen Ebene. Deshalb besitzt jedermann, wenn auch im schlummernden Zustand, aufgrund dieser fünf astralen Sinne die Fähigkeit, auf der Astralebene zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu riechen und zu rasten. Ja, sogar mehr. Wie alle fortgeschrittenen Okkultisten wissen, der Mensch hat tatsächlich sieben anstatt fünf physische Sinne. Auch wenn diese zusätzlichen zwei Sinne nicht ausreichend entwickelt sind, damit sie der durchschnittliche Mensch benutzen kann. Einem Okkultisten mit mittelmäßiger Leistung gelingt es jedoch im Allgemeinen sie zu verwenden. Und sogar diese beiden zusätzlichen physischen Sinne haben ihr Gegenstück auf der Astralebene. In den Fällen, in denen Personen ihre Wahrnehmung mittels astraler Sehkraft entwickelt haben, sei es zufällig oder durch Training, werden die Schauplätze der astralen Ebene genauso wahrgenommen, wie die auf der materiellen Ebene mittels physischer Sehkraft. Der gewöhnliche hellsichtige Mensch erfährt in der Regel ein Aufblitzen dieser astralen Sehkraft und ist nicht in der Lage, willentlich astral zu sehen. Der trainierte Okkultist kann hingegen willentlich zwischen den unterschiedlichen Sinnen hin und her wechseln, wann immer ihm danach ist. Solche Okkultisten können tatsächlich auf beiden Ebenen gleichzeitig arbeiten, wenn sie es wünschen. Im Fall von Hellsichtigkeit oder astralem Sehen bleibt der Okkultist in seinem physischen Körper und nimmt die Erscheinungen auf der Astralebene recht natürlich bzw. einfach wahr. Er muss sich hierfür nicht in Trance oder einen anderen unnormalen geistigen Zustand begeben. Er ist dennoch immer mit seinem physischen Körper über einen Spinnweben-ähnlichen Faden aus ätherischer Substanz verbunden, der sich ausdehnt bzw. zusammenzieht, wenn sich der Okkultist von seinem schlafenden physischen Körper entfernt bzw. auf ihn zubewegt. Wird dieser Faden durch einen Unfall auf der astralen Ebene zerrissen, dann stirbt der physische Körper und er kann nie mehr zurückkehren. Solche Unfälle sind zwar selten, kommen aber vor, wie okkulte Aufzeichnungen belegen. Viele Menschen können zwar während ihres normalen Schlafs im Astralkörper reisen, erinnern sich aber nach dem Aufwachen nicht mehr daran. Der Okkultist hingegen reist aus einem bestimmten Grund bewusst und ist auf solchen Reisen immer hellwach. Er ist auf der astralen Ebene genauso zu Hause wie auf der irdischen. So weißt du nun, Schüler, wie die okkulte Lehre bezüglich der Astralwelt erlangt wurde und dass diese Lehre aufgrund tatsächlicher Erfahrungen auf einer festen Grundlage basiert, wie die Lehren, die auf physikalischer Beobachtung, Experimenten und Erfahrungen beruhen. Zudem kann jeder Okkultist die Lehre überprüfen und auch tatsächlich Gebrauch davon machen. Kapitel 3 Die Welt des Astralen Unter den Okkultisten ist es gang und gäbe, von der astralen Ebene als dem Astralen oder zum Beispiel im Astralen zu sprechen und Wendungen wie das Astrale besuchen, Erscheinungen des Astralen, Bewohner des Astralen und so weiter zu verwenden. Der Schüler sollte sich mit diesem Gebrauch des Begriffs das Astrale bzw. die Astralwelt vertraut machen, um andere, die sich mit okkulten Lehren beschäftigen, zu verstehen und um selbst verstanden zu werden. Somit werde ich von nun an den Begriff, das Astrale, die Astralwelt, verwenden, um auf die astralen Regionen, die astralen Ebenen zu verweisen. Dem Schüler fällt es anfangs mitunter schwer zu begreifen, dass die Astralwelt genauso real, beständig und feststehend ist, wie die materielle Welt. Genauso wie Wasserdampf in Wirklichkeit so real ist wie Wasser oder sogar Eis, so ist auch die Astralwelt genauso real wie die Welt der physischen Sinne. Was das also betrifft, sollten wir, wenn wir unsere materielle Welt unter einer großen Lupe betrachten würden, sie nicht als einen großen Körper aus fester Materie verstehen, sondern eher als eine Anhäufung einer unbestimmten Anzahl kleinster Partikel, die in Atomen und diese wiederum in Molekülen und diese wiederum in dichte Masse eingebaut sind. Der Raum zwischen den Elektronen des materiellen Atoms ist im Vergleich genauso groß wie der Abstand zwischen den Planeten unseres Sonnensystems. Und jedes Elektron, Atom und Molekül bewegt sich permanent und intensiv. Unter einer Lupe mit ausreichender Vergrößerung würde nichts in der materiellen Welt als fest erscheinen. Hätte diese Lupe einen unendlichen Vergrößerungsfaktor, so würden sich sogar die Elektronen in Wallen des Nichts auflösen und nichts wäre übrig außer dem Äther, der schwerelos ist und von den Sinnen nicht wahrgenommen werden kann, auch nicht mit den besten technischen Hilfsmitteln. Somit ist also die Festigkeit von Dingen kaum in Relation zu stellen und vergleichbar. Die Schwingung der Substanz in der Astralwelt ist höher als die in der materiellen Welt. Doch sogar die astralen Schwingungen sind niedriger als die auf der nächst höheren Ebene und so weiter. Demjenigen, der in der Astralwelt reist, erscheint die Szenerie und alles damit Verbundene genauso fest wie die festesten Dinge, die man mit den physischen Augen wahrnimmt. Und tatsächlich sind diese Dinge genauso fest wie auch der Astralkörper, in dem du die Astralwelt besuchst. In Wirklichkeit ist die Astralwelt in jeder Hinsicht genauso real wie die materielle Welt. Die Naturkräfte sind für das physische Auge so nicht wahrnehmbar, sondern nur über die Manifestation in der Materie. Doch diese Kräfte sind, wie wir alle aus Erfahrung wissen, sehr real. Du kannst die Elektrizität nicht sehen, doch wenn du einen elektrischen Schlag bekommst, erkennst du, dass sie real ist. Du kannst die Schwerkraft nicht sehen, doch dir wird ihre Wirklichkeit schmerzhaft bewusst, wenn dir ein Apfel auf den Kopf fällt oder du plötzlich hinfällst, wenn du auf der Straße stolperst. Tatsächlich sind alle Okkultisten der Meinung, wenn man wirklich von graduellen Unterschieden zwischen den Dingen sprechen könnte, dass die feineren Stoffe und Kräfte eher dazu neigen, im Gleichgewicht zu sein als die weniger feinen Stoffe. Also Schüler, lass niemals zu, dass du die Astralwelt als etwas vergleichsweise irreales oder nur relativ existent betrachtest. Ich spreche von dem Begriff Wirklichkeit natürlich nicht im metaphysischen Sinne, denn dann wäre das gesamte manifestierte Universum mitsamt der Ebenen irreal im Vergleich zu der einen Wirklichkeit. Verfalle nicht dem Glauben, dass die astralen Sinne auch nur minimal weniger real, vertrauenswürdig und wichtig wären als die Sinne des physischen Körpers. Jede Gruppe von Sinneswahrnehmungen besitzt ihr Reich, in dem sie herrscht. Jede ist Herrscher in ihrem Königreich und man sollte nicht versuchen, einen Unterschied in Bezug auf die Realität zwischen ihnen zu machen. Zumindest handelt es sich bei allen um Mechanismen des Bewusstseins oder der Wahrnehmung, wobei jede an die bestimmten Anforderungen der Umgebung angepasst ist. Die Astralwelt hat genauso wie die materielle Welt ihre eigene Szenerie, ihre eigene Geografie und ihre eigenen Dinge. Diese Dinge sind genauso real wie England, der Vatikan, die St. Paul's Cathedral, das Kapitol in Washington, der Broadway, der Piccadilly Circus, die Rue de la Paix, die großen Redwood-Bäume in Kalifornien, der Grand Canyon oder der Schwarzwald. Ihre Einwohner sind genauso real wie die Menschen des Landes, in dem du lebst. Gleiches gilt für alle anderen Länder, deren Namen ich lieber nicht ausspreche, damit sie diese materielle Ebene nicht verlassen und dadurch unwirklich werden, noch bevor diese gedruckten Worte an deinem Auge vorbeigezogen sind. So unbeständig sind die Bewohner und Dinge dieser sogar realen materiellen Welt. Das Gesetz vom konstanten Wandel wirkt auf der astralen Ebene genauso wie auf der materiellen Ebene. Dort kommen und gehen die Dinge genauso wie hier. Halte einen Moment inne und konzentriere dich auf das Wesentliche, die Materie. Du erkennst, dass der Unterschied zwischen den Dingen auf diesen beiden Ebenen so simpel ist wie der Unterschied zwischen Rot und Blau. Es gibt lediglich einen Schwingungsunterschied zwischen den Stoffen. Des Weiteren hat die Astralwelt die gleichen Gesetze wie die materielle Welt, was sehr wichtig für den Schüler ist. Diese Gesetze müssen erlernt und beobachtet werden. Ansonsten werden die Bewohner wie auch die Besucher der Astralwelt das Ergebnis ernten, das immer von gebrochenen Naturgesetzen herrührt. Noch einmal, es gibt in der Astralwelt etwas, was man Geografie nennen kann, wenn dieser Begriff aus der materiellen Welt in diesem Zusammenhang erlaubt ist. Es gibt dort Regionen, Raumpunkte, Orte, Königreiche, Länder und so weiter wie auf der materiellen Ebene. Manchmal haben diese astralen Regionen keine Verbindung zu einer Region auf der materiellen Ebene, wohingegen in anderen Fällen eine sehr direkte Verbindung bzw. Beziehung zu Regionen und deren Bewohnern auf der materiellen Ebene besteht. Man kann auf der astralen Ebene von einer Region zur anderen reisen, indem man lediglich seinen Willen bemüht, denn dadurch wird die Schwingung des Astralkörpers angehoben, dabei aber nicht im Raum bewegt. Also auf der astralen Ebene kann man im Raum von einem Punkt zu einem anderen reisen, wenn dieser Punkt eine Verbindung zu einem Punkt auf der materiellen Ebene besitzt. Hier ist ein Beispiel für die gerade beschriebene Art zu reisen. Man kann in der Astralwelt zum Beispiel von Berlin nach Bombay reisen, im Handumdrehen, indem man es sich einfach nur wünscht oder es will. In der Astralwelt manifestieren sich Zeit und Raum. Doch nichtsdestotrotz kann es bestimmte astrale Manifestationen auf den sieben mal sieben Unterebenen geben, und die gibt es häufig auch, die genau den gleichen Punkt im Raum einnehmen, den du gerade jetzt in genau diesem Moment auf der materiellen Ebene einnimmst. Wenn du über das Wissen und die Fähigkeit verfügst, kannst du all diese Unterebenen besuchen, eine nach der anderen, ohne dabei deinen Platz verlassen zu müssen. Dabei könntest du die jeweiligen Schauplätze und ihre Bewohner ihre Erscheinungen und Aktivitäten beobachten und dann auf die materielle Ebene zurückkehren, um das alles in einem Augenblick und ohne deinen Aufenthaltsort im Raum zu verändern. Oder wenn du das vorziehst, kannst du zu jeder dieser Unterebenen in der Astralwelt reisen, an deinem Punkt im Raum, und dann reist du räumlich in der Astralwelt zu einem anderen Ort auf jener Unterebene. Du hast dann die Wahl, entweder den gleichen Weg zurückzunehmen, den du gekommen bist, oder du kannst auf die materielle Ebene hinabsteigen und auf dieser in deinem astralen Körper dorthin zurückreisen, wo sich dein physischer Körper gerade ausruht. Lies die letzten beiden Sätze so oft, bis du eine klare Vorstellung im Kopf hast. Denn nur dann wirst du auch das verstehen, was ich in den folgenden Kapiteln dieses Buches erläutern werde. In den von mir gehaltenen Unterrichtsstunden empfand ich es immer als sehr nützlich für meine Schüler, die Erscheinungen der Astralwelt zu erklären, indem ich die Geschichte einer Reise dorthin erzähle. Dies eignet sich besser als eine trockene technische Beschreibung. In solchen Unterrichtsstunden setze ich voraus, dass sich die Schüler mit mir auf der astralen Ebene befinden und ich ihnen als Führer diene. Auf diese Weise scheinen sie ein klareres Bild von dem Thema zu bekommen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gelangt, diese Vorgehensweise zumindest teilweise in einigen Kapiteln zu übernehmen. Ich muss wohl kaum hinzufügen, dass die dargelegten Beschreibungen auf den Erfahrungen fortgeschrittener Okkultisten beruhen, mich inbegriffen und keine dogmatischen, theoretischen oder spekulativen Äußerungen von bloßen Buchstaben-Okkultisten sind. Jede hier geäußerte Tatsache muss von jedem fortgeschrittenen Okkultisten selbst überprüft werden. Kapitel 4 Die Grenze überschreiten Ich halte es nicht für ratsam, an dieser Stelle die technischen Details zu beschreiben, die den Prozess des Verlassens und Übergehens des physischen Körpers in den feineren Astralkörper begleiten. Solch eine Beschreibung würde nur dazu führen, und sei sie nur eine bloße Andeutung der Tatsachen, dass die untrainierte Person eine Ahnung von dem Vorgang bekommt und dadurch eventuell geneigt ist, zu experimentieren, was dann gegebenenfalls zu nicht wünschenswerten Ergebnissen führen kann. Somit überspringe ich aus den genannten Gründen diese Phase, was die Zustimmung jedes fortgeschrittenen Okkultisten und achtsamen Schülers des Okkultismus finden wird. Jetzt, mein Schüler, siehst du dich außerhalb deiner physischen Form bzw. deines Körpers und lediglich gekleidet in deiner astrale Hülle. Wahrscheinlich denkst du nun, dass ich mit dir scherze, denn du schaust auf deinen Körper und stellst fest, dass er nicht anders erscheint als sonst. Sogar deine Kleidung ist bis ins letzte Detail die gleiche. Dies ist möglich aufgrund der perfekten Naturgesetze der Astralebene, die ich an dieser Stelle nicht näher erläutern kann. Dennoch realisierst du, dass du tatsächlich außerhalb deines physischen Körpers bist, sobald du deinen Kopf drehst und deine eigene physische Hülle wie auch meine wahrnimmst, die in den Sesseln, in die wir uns vor kurzem gesetzt haben, anscheinend in einen tiefen Schlaf gesunken sind. Bei näherer Betrachtung wirst du feststellen, dass deine wie auch meine astrale Hülle mit ihrem Gegenstück über einen dünnen, zarten Faden aus ätherischer Substanz verbunden sind, der einem glänzenden Seidenfaden eines Spinnennetzes ähnelt. Dieser Faden kann sich ausdehnen und zusammenziehen und ermöglicht dir, dich frei zu bewegen. Nun fokussiere deine Aufmerksamkeit und deinen Willen, wie du es gelernt hast, derart, dass sich deine Schwingung erhöht und dabei in Einklang mit meiner Schwingung befindet, sodass du in meiner Gegenwart bleibst, anstatt dich ohne mich auf andere Unterebenen oder untere Bereiche zu begeben. Du würdest es als nicht sicher oder angenehm empfinden, meine Gegenwart zu verlassen, solange du noch nicht gelernt hast, dich durch diese seltsamen Gewässer zu lotsen. Du befindest dich nun mit mir in einer seltsamen Atmosphäre, auch wenn du dich keinen Zentimeter im Raum bewegt hast. Sozusagen hinter dir nimmst du den Raum, in dem wir gerade waren, schwach wahr. Und vor dir siehst du seltsame Blitze und Streifen von phosphoreszierendem Licht in verschiedenen Farbtönen und Schattierungen. Dieses sind die Schwingungen und Wellen der Kraft, denn nun passierst du die Ebene der Kräfte. Dieser leuchtende, bläuliche Streifen markiert das Vorbeiziehen einer elektrischen Energie. Wahrscheinlich eine kabellose Nachricht, die durch den Raum rast. Hinter deinem Rücken auf meinem Tisch siehst du den Briefbeschwerer aus magnetischem Erz oder Magnetstein, der immer dort liegt. Doch jetzt siehst du dieses eigentümliche Nachleuchten an seinen Polen, das auf der materiellen Ebene nicht sichtbar ist. Du bemerkst außerdem ein besonderes, schwaches Leuchten um jedes Objekt herum. Dies ist die Kraft der atomaren und molekularen Anziehung. Noch schwächer erkennst du ein eigentümliches Strahlen, das die gesamte Atmosphäre durchdringt. Hier handelt es sich um das sichtbare Zeichen der Gravitationskraft. Diese Dinge sind allesamt sehr interessant, und wärst du ein gelernter Physiker oder herausragender Naturwissenschaftler, würde man dich kaum von dieser Ebene wegbekommen, so interessant wäre das Untersuchen dieser sichtbar gemachten Kräfte. Da du aber eine solche Person nicht bist, wirst du noch mehr interessante Dinge zu Gesicht bekommen. Fühle nun, wie sich die Schwingung der Lebenskraft erhöht, und nimm wahr, wie das Gefühl der Schwere von dir abzufallen scheint. Du fühlst dich so leicht wie eine Feder und hast den Eindruck, als wenn du dich ohne jegliche Mühe fortbewegen könntest. Nun, du kannst jetzt beginnen zu gehen. Ja, gehen, habe ich gesagt. Du bist immer noch auf der Erde, und der Boden des Raumes ist immer noch unter deinen Füßen. Lass uns durch die Wand des Raumes gehen und hinaus auf die Straße. Hab keine Angst. Geh durch die Wand, als wäre sie aus Nebel. Na bitte, siehst du, wie leicht es ist? Es ist merkwürdig, wirklich durch eine Steinwand zu gehen, nicht wahr? Doch es wird noch kurioser, wenn du aufhörst, es so aufzufassen, als ob wir uns bewegt hätten. Die Wand ist durch unsere dünne Substanz gedrungen und nicht umgekehrt. Das ist das wahre Geheimnis des Ganzen. Lass uns jetzt die Straße hinuntergehen. Tritt hinaus, als wärst du aus Fleisch und Blut. Gut, doch warte einen Moment. Da, der Mann ist einfach durch dich hindurchgegangen, und er hat dich dabei noch nicht einmal gesehen. Ist dir klar, dass wir Geister sind? Ebenso ein Geist wie Hamlets Vater, nur mit dem Unterschied, dass dessen physischer Körper im Boden vor sich hin modert und unsere Körper im schlafenden Zustand darauf warten, dass wir zu ihnen zurückkehren. Da, der Hund hat dich gesehen, und das Pferd spürt vage deine Anwesenheit. Schau, wie nervös es ist. Tiere verfügen im Vergleich zum Menschen über ausgeprägte, übersinnliche Wahrnehmungen. Aber denk nicht weiter über dich nach und betrachte die Menschen, die an dir vorbeigehen, ganz genau. Du wirst bemerken, dass jeder von ihnen von einer eiförmigen Aura umgeben ist, die sich ungefähr einen Meter um den Körper herum ausdehnt. Fällt dir, wie bei einem Kaleidoskop, das ständig wechselnde Farbspiel in der Aura auf? Achte auf die unterschiedlichen Farbtöne und auf das jeweilige Vorherrschen besonderer Farben. Du kennst die Bedeutung dieser Farben, da ich sie dir nahegebracht habe. Schau dir das wunderschöne spirituelle Blau an, das den Kopf der Frau umgibt. Und hier kommt ein intellektueller Riese. Sieh dir dieses wunderschöne Goldgelb um den Kopf herum an, wie ein Heiligenschein. Doch mir gefällt der rote Schatten um seinen Körper nicht, und man sieht deutlich, dass das Blau in der Aura fehlt. Es fehlt ihm an harmonischer Entwicklung. Siehst du diese großen Wolken aus halbleuchtender Substanz, die langsam dahinziehen? Schau, wie die Farben in ihnen wechseln. Dies sind Wolken aus Gedankenschwingungen, die die zusammengesetzten Gedanken unzähliger Menschen darstellen. Nimm auch wahr, wie jeder Gedankenkörper kleine Fragmente ähnlicher Gedankenformen und Energien zu sich heranzieht. Hier siehst du die Tendenz der Gedankenkräfte, Gleiches anzuziehen, wie beim Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern, wie Gedanken, die nach Hause kommen und ihre Freunde mitbringen. Sprich, jeder Mensch schafft seine eigene Gedankenatmosphäre. Apropos Atmosphäre. Fällt dir auf, dass jedes Geschäft, an dem wir vorbeigehen, seine eigene, besondere Gedankensphäre hat? Wenn du in die Häuser auf beiden Seiten der Straße siehst, wirst du feststellen, dass dies auch hier der Fall ist. Die Straße selbst hat ihre ganz eigene Atmosphäre, die durch die verschiedenen Gedanken der Bewohner und Besucher kreiert wird. Nein, geh nicht in diese Seitengasse. Ihre astrale Atmosphäre ist zu niederschlagend und ihre Farben sind zu schrecklich und abstoßend für dich. Im Moment. Du könntest beim Anblick entmutigt werden und dich in deinen physischen Körper zurückziehen, um dich zu erholen. Schau dir diese Gedankenformen an, wie sie durch die Atmosphäre fliegen. Welch Vielfalt an Formen und Farben. Einige sind wunderschön, die Mehrzahl neutral in ihrem Farbton. Und hin und wieder sieht man eine wütende, feurige Gedankenform, die sich ihren Weg bahnt. Beobachte die herumwirbelnden, kleinen, zyklonenförmigen Gedankenformen, die aus dem Geschäftshaus herausgeworfen werden. Auf der anderen Straßenseite siehst du ein großes Oktopusmonster, einer Gedankenform, das seine großen Tentakeln herumschwingt, um die vorbeigehenden Personen in die grellen Tanzlokale und finsteren Spelunken zu locken. Es ist ein teuflisches Monster und wir würden gut daran tun, es zu vernichten. Richte deine Konzentration auf das Monster und zwinge es so, aus seinem Dasein zu scheiden. Genau, so ist es richtig. Schau, wie es anfängt zu kränkeln und zu schrumpfen. Doch leider werden mehr von seiner Sorte nachkommen. Bewege dich nun mithilfe deiner Willenskraft über die Häuserdächer. Es wird dir leicht fallen, sobald du erkennst, dass du es kannst. Dieses Mal habe ich dir dabei geholfen, doch sobald du selbstbewusster geworden bist, wird es ganz einfach sein. Aber wenn du dein Selbstvertrauen verlierst und Angst bekommst, stürzt du hinunter auf den Boden und verletzt deinen Astralkörper. Schau nun aus dieser Höhe nach unten. Du siehst eine Vielzahl kleiner, kerzenähnlicher Lichter. Jedes steht für eine menschliche Seele. Hier und da siehst du einige deutlich hellere Lichter und weit voneinander entfernt siehst du ein paar Lichter, die wie ein leuchtender elektrischer Funke aussehen. Hierbei handelt es sich um die aurischen Zeichen hochentwickelter Seelen. Lass dein Licht leuchten. Betrachte das aus jenem ärmlichen Haus emporsteigende Leuchten religiöser Danksagung und vergleiche es mit der unangenehmen aurischen Atmosphäre der daneben liegenden prächtigen Kirche. Begreifst du das Wesen der Spiritualität und siehst du ihre Abwesenheit in diesen Kirchen? Doch diese Anblicke, so interessant und nützlich sie auch sein mögen, um dir die Lehren zu veranschaulichen, in denen du unterrichtet worden bist und die du aus dem Handbuch kennst, wiegen weitaus weniger als die Dinge, denen wir in Kürze begegnen werden. Komm, nimm meine Hand. Unsere Schwingung beginnt nun, sich zu erhöhen. Komm. Kürze 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 Kürze